Hans-Dietrich Genscher, Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker, Henry Kissinger, George Schulz, Sam Nahn und William Perry. Sieben ehemalige Spitzenpolitiker aus den USA und Deutschland. Dazu ein jung, dynamischer Außenminister Westerwelle. Zu dieser ungewöhnlichen Zusammenkunft ist es im Berliner Hotel Adlon gekommen. Der einzige, der im Rollstuhl saß, nahm es mit Humor. In zehn Jahren werden diese anderen Herren alle im Rollstuhl sitzen, aber ich werde nicht mehr dabei sein. Dann soll Gottes Gnade keine engen Grenzen setzen. Guido Westerwelle verabschiedet sich flink. Die transatlantische Altherrenkoalition will noch eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Doch es ist fast wie bei Schwarz-Gelb. Zunächst macht sich erstmal große Verwirrung breit. Also es ist eine zweisprachige Pressekonferenz. Und dann empfiehlt es sich doch, dass alle Beteiligten mithilfe eines Kopfhörers die beiden Sprachen auch hören können. Meine Damen und Herren, wir sind keine Regierung, sondern wir sind private ehemalige Politiker. Und deswegen funktionieren bei uns die Sachen nicht so gut. Ich muss mich entschuldigen, aber wenn Deutsch gesprochen wird, verstehen das alle im Publikum. Unsere Gäste verstehen es doch nicht. Ja, aber die Übersetzung dort oben funktioniert. Was die Herren uns mitteilen wollen, wir brauchen eine atomwaffenfreie Welt. Das amerikanische Seniorenquartett hatte 2007 einen solchen Aufruf veröffentlicht. Die Deutschen wollten nicht weniger pazifistisch sein. Dieser Aufruf, der aus Amerika uns erreicht hat, der hat uns in Europa vorangebracht. Hier gibt es auch alte Leute, die sich an die frühere Zeit erinnern, dass man vernünftig zusammenarbeiten kann. Und davor müssen nun unsere im Alter nachfolgenden verantwortlichen Regierungen sich bewähren. Und soweit dabei unser Rat gewünscht ist, soll er erteilt werden. Erste Minen, auch bei denen, die nichts sagen. Fragen waren nicht gestattet. Die seltenen Gäste mussten schließlich weiter zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel. Hier ist es ja wenigstens nicht glatt.